Hallo Leute, herzlich willkommen. Ich möchte euch nur mal eine kleine Info geben, denn ich streame heute. Das wird jetzt wahrscheinlich jetzt sein. Da kommt eine kleine Pause und dann geht es aber auch wieder weiter. Wir spielen verschiedenste Spiele. Das werdet ihr ja alles sehen. Es soll einfach nur eine Stream-Einkündigung sein. Ich bin jetzt hier wieder raus. Ciao, vielleicht bis nachher.